Willkommen zu einem neuen Windeltest. Die Superheroes von Cloud Rees sind eine recht neue Windel, erst seit einigen Wochen gibt es sie zu kaufen. Ich habe eine Packung bestellt und mehrere Windeln getestet. Es handelt sich um ein deutsches Unternehmen, das bereits ein paar Windeln auf den Markt gebracht hat. Hier seht ihr ein paar davon, es sind zwei bunt bedruckte, die restlichen einfarbig in weiß oder rosa. In diesem Video soll es aber nicht um die anderen gehen, sondern um die neuen Windeln. Ich habe wieder Größe M für einen Umfang von 70 bis 87 cm. Wie gut das passt, zeige ich euch gleich noch. Der Name ist Programm, die Windeln sind mit verschiedenen Tieren bedruckt, die als Superhelden verkleidet sind. Insgesamt gibt es vier davon, diese befinden sich auf der kompletten Fläche, auch vorne unter dem Klebebereich. Zusätzlich befinden sich an einigen Stellen ich sage mal Laute, wie zum Beispiel Boom für einen Knall, in einer dicken, verspielten Schrift, wie man sie aus Comics kennt. Falls ihr euch für Sauganlagen interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mal ein eigenes Video dazu. Zurück zu unserer Testwindel, sie wird mit Mehrwegklebern aus Plastik verschlossen. Das sind meiner Meinung nach die besten Kleber. Solltet ihr sie nicht richtig verklebt haben oder die Windel nicht mehr richtig sitzen, weil sie zum Beispiel voller geworden ist, könnt ihr die Kleber mehrfach lösen und wieder festkleben. Das klappt hier ohne Probleme. In der Nahaufnahme könnt ihr sehen, wie gut die Qualität der Aufdrucke ist, sie sind ziemlich kräftig und deutlich hochwertiger als beispielsweise bei den Pampers Kinderwindeln. Bei den Pampers hat der Kontrast seit einiger Zeit deutlich nachgelassen, wohl um Kosten zu sparen. Dass das viele nicht mögen, hat man bei den ABBL-Windeln offenbar erkannt. Auch die Criddle Caboose beispielsweise beeindruckt mit kräftigen Farben, ich hatte dazu schon ein eigenes Testvideo gemacht. Bei der Saugleistung leistete sich die Windel keine Schwäche, sofern sie gut passt und sitzt, werden auch größere Mengen an Urin aufgenommen. Die Nässeverteilung ist okay, ich würde sie im guten Mittelfeld einordnen. Ebenso die Saugleistung, als sie nicht mehr dicht hielt und ein Wechsel überfällig war, brachte sie 1,8 kg auf die Waage. Für ABBL-Windeln kein schlechtes Ergebnis. Man kann sie eine ganze Zeit lang tragen, bis diese Füllmenge erreicht ist. Eine leere Windel wiegt 223 g. Das passt zu meinem Eindruck, die Windel fühlt sich schon dicker an, kein neuer Rekord, aber man spürt sie deutlich und hat das Gefühl, sicher eingepackt zu sein. Preislich bewegt sich eine Packung in der kleinsten verfügbaren Größe M bei 25,90 Euro. Es sind 10 Stück drin, somit kostet eine einzelne Windel 2,59 Euro. Hierzu kommen allerdings in jedem Falle noch Versandkosten, sie werden nur im eigenen Shop angeboten, zumindest habe ich bisher keinen anderen gefunden, der sie verkauft. Dieses Detail treibt den Preis leider nochmal etwas in die Höhe, im eigenen Shop gibt es nämlich keine Grenze, ab der kostenfrei versendet wird, wie es bei anderen Shops der Fall ist. Man bezahlt also in jedem Falle nochmal Versandkosten dazu. Die richten sich nach dem Gewicht und beginnen bei 4,90 Euro für unter 5 kg. Durch diese Staffelung steigen sie schnell an, bei dieser Windel hat eine Packung ein Versandgewicht von 2,5 kg, das heißt maximal zwei Packungen sind für die kleinste Stufe an Kosten möglich. 2,59 Euro für eine Windel finde ich für die gebotene Leistung noch in Ordnung, sie sind hochwertig bedruckt, bequem zu tragen, außen haben sie eine angenehme Folie. Ein neuer Bestplatz bei der Saugleistung ist es nicht, aber trotzdem braucht sich die Windel nicht zu verstecken, es ist ein gutes Ergebnis, das für viele wahrscheinlich ausreichen wird. Je nachdem wie lange man die Windel tragen kann oder möchte, will manch einer vielleicht gar kein Paket von 2 kg und mehr an sich tragen. Daher finde ich es legitim, dass neue Windeln auf den Markt kommen, die sich gar nicht zum Ziel setzen, einen neuen Rekord nach dem anderen aufzusetzen. Das war bei der versprochenen Saugleistung von 6 Litern unter Laborbedingungen aber zugegeben auch nicht zu erwarten. Wichtiger finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis als Maßstab, wenn eine Windel weniger aushält, sollte sie auch entsprechend weniger kosten als eine andere, die eine höhere Saugleistung besitzt. In der Hinsicht ist die Cloudries kein Schnäppchen, aber noch in einem vernünftigen, akzeptablen Rahmen. Mit der Windel selbst bin ich zufrieden und eher positiv überrascht. Auch wenn ich dazu bisher noch kein Video gemacht habe, so hatte ich bereits andere Windeln von diesem Unternehmen, die auf dem Screenshot am Anfang zu sehen waren. Von denen war ich weniger begeistert, als von der neuen in diesem Test. Vor allem die weichere Oberfläche hat mir bei dieser Windel gefallen, sie sind flexibler und nicht so hart, da hat Cloudries einen Schritt in die richtige Richtung nach vorne gemacht. Über die Motive kann man sich natürlich immer streiten, ob das dem eigenen Geschmack entspricht. Mir persönlich gefallen sie. Und da die Aufdrucke im eher allgemeineren kindlichen Comic-Stil gehalten sind, ohne zu sehr in eine bestimmte Richtung wie beispielsweise rosa zu gehen, kann ich mir vorstellen, dass sie viele ansprechen können. Die Farben sind zudem bunter und etwas kräftiger geworden, gegenüber den vorherigen bunt bedruckten Windeln. Mein einziger Kritikpunkt geht an die Logistik, mindestens 4,90 Euro für zwei Packungen versandt machen den Preis leider schon deutlich teurer. Immerhin entspricht das einem Aufschlag von 2,45 Euro pro Packung, womit sich der Stückpreis auf rund 2,84 Euro erhöht. Damit bewegen wir uns dann schon in Richtung Oberklasse bei den Windeln, die noch etwas mehr aufnehmen können. Von denen bekommt man einige In-Shops, die entweder geringere Versandkosten verlangen oder ab einem bestimmten Bestellwert gar keine mehr aufschlagen. Immerhin wird es trotz der Staffelung noch etwas günstiger, wenn man größere Mengen bestellt. Ich habe insgesamt sechs Packungen bestellt und dafür 11,90 Versand bezahlt. Somit durchschnittlich nur 1,98 Euro pro Packung. Fairerweise muss ich aber dazu sagen, selbst damit sind die Preise noch weitaus günstiger, als das was Abu betreibt. Da werden knapp 35 Euro für eine Packung mit 10 Peak Abu verlangt. Versandkosten nicht inbegriffen. Und die Peak Abu haben keine höhere Saugleistung als die Cloudris. Von dem her kann man durchaus dagegen argumentieren, dass das hier Jammern auf hohem Niveau ist. Unabhängig vom Preis wird es jedoch schwieriger für alle außerhalb Deutschlands, diese Windeln zu kaufen, Cloudris verschickt nämlich nicht ins Ausland, das müsste ein Importeur übernehmen. Nun bist du gefragt, schreibe deine Meinung zu dieser Windel in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.